Wie demokratisch ist Stuttgart 21 wirklich? Das Wort Demokratie ist im antiken Griechenland entstanden. Es leitet sich von den Worten Demos, Volk, und Kratein, Herrschen, ab. Demokratie ist also die Herrschaft des Volkes. Langjähriger Widerstand in Stuttgart. 100 Montagsdemos in zwei Jahren. Bei Wind und Wetter. Bis 10.000 Teilnehmer. Und manchmal auch mehr. Dazwischen Großdemos, Aktionen, Solidaritätsbekundungen aus allen Regionen des Landes. Sogar aus der ganzen Welt. Seit eineinhalb Jahren eine Mahnwache, rund um die Uhr. Was sind das für Menschen, die dagegen ein sogenanntes demokratisches, also vom Volk bestimmtes Projekt demonstrieren? Die Zeit und Geld geben, die ihre Gesundheit und mehr riskieren. Es sind jedenfalls keine Chaoten. Es sind vielmehr gutbürgerliche Menschen. Hausbesitzer, Unternehmer, Ingenieure, Rollstuhlfahrer, Richter, Schauspieler, Alte und Junge und Prominente aus Funk und Fernsehen, die dem Protest gegen das Projekt Stuttgart 21 ein Gesicht und eine Stimme geben. Aber warum protestieren diese Menschen so ausdauernd? Am 18. April 1994 erblickt Stuttgart 21 das politische Tageslicht. An diesem Tag gaben der Bahnchef, der Oberbürgermeister, der Ministerpräsident, der Bundes- und der Landesverkehrsminister eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz in Stuttgart. Inhalt das Großprojekt Stuttgart 21 Heinz Dürr, ehemaliger Bahnvorstand und Vater von Stuttgart 21 in den Stuttgarter Nachrichten vom 14. Februar 1995 Die Art der Präsentation von Stuttgart 21 im April 1994 war ein überfallartiger Vorgang. Gegner und Skeptiker sind nicht imstande gewesen, die Sache zu zerreden. Ein Musterbeispiel, wie man solche Großprojekte vorstellen muss. Eine diebische Freude war den Herrschaften über ihren geglückten Überraschungskuh anzumerken. So gab ein Reporter seinen damaligen Eindruck der Pressekonferenz wieder. Die Wahl des Gemeinderates am 12. Juni 1994 war die einzige Gelegenheit für die Bürger Stuttgarts, auf das Projekt Einfluss zu nehmen. Das war nur acht Wochen nach der Pressekonferenz. Eine viel zu kurze Zeitspanne. Die Planfeststellungsunterlagen zu Stuttgart 21 umfassen einen Berg von Aktenordnern. Gespickt mit Fachwissen aus unterschiedlichsten Disziplinen wie Geologie, Hydrologie, Biologie, Eisenbahningenieurswesen, Architektur, Denkmalschutz, um nur einige zu nennen. Es ist weder für die gewählten Volksvertreter noch für die Bürger möglich, ein Großprojekt wie Stuttgart 21 in solch kurzer Zeit in all seinen Details zu durchschauen und die Folgen abzuschätzen. Die Stuttgarter wurden einfach überrollt. Auch auf Landesebene konnte die Baden-Württemberger Bevölkerung keinen Einfluss mittels des Wahlzettels auf das Projekt nehmen. Und das trotz der enormen finanziellen Beteiligung des Landes. Die letzte Landtagswahl lag bereits zwei Jahre zurück. Die nächste, 1996, kam dafür zu spät. In Hochglanzprospekten, aufwendigen Computersimulationen und Ausstellungen wurde das beschönigte Bild eines Tiefbahnhofs präsentiert, ohne auf Risiken und Begleitumstände hinzuweisen. Kaum ein Parkbenutzer in Stuttgart wusste zum Beispiel, dass der Park im Herzen der Stadt für Stuttgart 21 abgeholzt werden muss und auf Jahrzehnte hinaus großräumig seine Erholungsfunktion verlieren würde. Das Volk, die Bürger, die Wähler konnten sich zu keiner Zeit umfassend und objektiv über Stuttgart 21 informieren, dem Projekt zustimmen, dagegen stimmen oder sich daran beteiligen. So, wie es eigentlich in einer Demokratie, einer Volksherrschaft stattfinden sollte. Das Projekt Stuttgart 21 ist demnach nicht demokratisch, also nicht vom Volk legitimiert. Nachdem das Projekt 13 Jahre nur äußerst schleppend vorangetrieben wurde, der Bauherr, die Bahn zeitweilig komplett ausstieg und selbst regierende Politiker nicht mehr an seine Realisierung glaubten, reanimierte der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger Stuttgart 21 in dem er mit Landesmitteln das Bundesprojekt Neubaustrecke Wendlingen-Ulm vorfinanzierte. Eine Mischfinanzierung, die laut Gutachten von dem renommierten Verfassungsrechtler Prof. Mayer aus München verfassungswidrig ist. Zeitgleich schloss die damalige CDU-geführte Landesregierung einen für das Land ungünstigen, für die Bahn hingegen äußerst lukrativen Regionalverkehrsvertrag mit DB Regio ab. Laufzeit 16 Jahre. Daraufhin erstarkt im Jahr 2007 auch der Widerstand gegen Stuttgart 21. Zuvor versprach Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster von Haus aus Jurist im OB-Wahlkampf 2004 seinem Konkurrenten Boris Palmer, ein erklärter Stuttgart 21-Gegner, öffentlich einen Bürgerentscheid. Daraufhin schlossen sich die Stuttgart 21-Gegner zu einem Aktionsbündnis zusammen und initiierten ein Bürgerbegehren, um das Projekt Stuttgart 21 zu kippen. 67.000 Stuttgarter unterschrieben in nur sechs Wochen dieses Begehren. Die Aktenordner voller Unterschriftenlisten wurden vom Stuttgarter Oberbürgermeister Schuster nicht persönlich entgegengenommen. Vielmehr erklärte er nunmehr, ein Bürgerentscheid über Stuttgarts Anteil an Stuttgart 21 sei rechtlich nicht zulässig. Am 20. Dezember 2007 stimmt der Stuttgarter Gemeinderat mit den Stimmen von OB Schuster, der CDU, SPD, FDP und den Freien Wählern das erfolgreichste Bürgerbegehren in der gesamten Stuttgarter Stadtgeschichte nieder. Die Quittung dafür erfolgt bei der Kommunalwahl 2009. Minus 9,4% für die Stuttgart 21-Parteien. Die Grünen werden erstmalig stärkste Fraktion in der Landeshauptstadt. Im April 2009 unterzeichnen die Projektpartner die Finanzierungsvereinbarung. Rückblickend berichtet die Frankfurter Rundschau am 16. Juli 2011, Zitat, Der Skandal wegen verschwiegener Mehrkosten in Milliardenhöhe beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm weitet sich aus. Ein internes Dokument belegt, dass die DB vor der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags für Stuttgart 21 im Frühjahr 2009 eine Kostenexplosion von mehr als 900 Millionen Euro bei den geplanten Tunneln verheimlicht hat. Interne Dokumente der Deutschen Bahn zeigen, dass die Bahn schon im Herbst 2002 wusste, dass die ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm mindestens 2,6 Milliarden Euro kostet und damit doppelt so teuer wird. Auf Basis viel zu niedriger Angaben beschlossen Bundesregierung und Bundestag 2003 die Priorisierung der ICE-Piste bei der staatlichen Finanzierung. Erst im Sommer 2010 korrigierte DB-Chef Rüdiger Grube die offiziellen Kosten von 2 auf 2,89 Milliarden Euro. Zitat Ende. So wurden die Bürger und deren gewählte Vertreter von der Bahn getäuscht. Ein Skandal, der die demokratischen Gepflogenheiten unserer Gesellschaft zutiefst verletzt. Die renommierten Experten des Schweizer Verkehrsberatungsbüros SMA wurden 2010 von Verkehrsministerin Tanja Gönner beauftragt, einen Reisezeitenvergleich zwischen den beiden konkurrierenden Konzepten Stuttgart 21 und Kopfbahnhof 21 zu erstellen. Als das Ergebnis den Erwartungen widerspricht, also Stuttgart 21 nicht leistungsfähiger und in vielen Verbindungen sogar langsamer als das Konzept Kopfbahnhof 21 ist, lässt es Frau Gönner in den Schubladen verschwinden. Erst nach der Landtagswahl 2011 wird es unter der neuen, grünen Führung des Verkehrsministeriums entdeckt und ausgewertet. Ein Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Bevölkerung und Landesregierung wird schließlich am 30. September 2010 erreicht. Auf jugendliche Demonstranten wird mit unangebrachter Härte eingeschlagen, Wasserwerfer und Tränengas inklusive. Die Argumentation der Einsatzleitung, die Aggressionen gingen von Seiten der Demonstranten aus, wird widerlegt und muss später zurückgenommen werden. 25, teils 200-jährige Parkbäume, darunter eine Platane mit einem Stammumfang von 5,20 Meter, werden noch in der gleichen Nacht gefällt. Die endgültige Genehmigung zur nächtlichen Baumfällung liegt nicht vor. Die Fällung ist somit illegal. Die Bahn hat sich über Rechtsverordnungen hinweggesetzt, um das Bauvorhaben Stuttgart 21 voranzutreiben. Die Quittung? Großdemonstrationen mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Und ein Wahldebakel für die Stuttgart 21-Parteien auch bei der Landtagswahl 2011. Die Wahlverlierer versuchen seither, das Großprojekt Stuttgart 21 mit zwei weiteren Täuschungen zu legitimieren. Erstens, Stuttgart 21 besteht den Stresstest. Und zweitens, der Ausstieg kostet 1,5 Milliarden Euro. Bis zur Schlichtung wurde den Bürgern und Politikern von der Bahn eine 100-prozentige Leistungssteigerung durch Stuttgart 21 versprochen. Bei der Schlichtung wurden daraus plötzlich nur noch 30 Prozent. Entsprechend die Forderung von Dr. Heiner Geisler während der Schlichtung, 30 Prozent mehr Züge in der Spitzenstunde bei einer guten Betriebsqualität. Laut Bahn sind diese 30 Prozent mit 49 Zügen pro Stunde in der Hauptverkehrszeit erreicht. Aber sie sind nur durch viele Doppelbelegungen der Bahnsteige und unrealistisch kurze Haltezeiten möglich. Dadurch wiederum können Anschlüsse nicht erreicht und Verspätungen nicht verringert werden. Die Betriebsqualität ist damit zwar für das Unternehmen Bahn wirtschaftlich optimal. Für den Bahnkunden jedoch werden Verspätungen nicht wie beim heutigen Bahnhof abgebaut. Sie bleiben erhalten. Egon Hopfenzitz, 27 Jahre lang Direktor des Stuttgarter Hauptbahnhofs, hat anhand der noch vorhandenen Fahrplantafeln der 1960er Jahre ermittelt, der Kopfbahnhof hat damals schon 54 Züge in der Spitzenstunde abgefertigt. Der nachträglich nicht erweiterbare Tiefbahnhof wird dagegen niemals mehr als 49 Züge bewältigen. Der Stresstest ist somit nicht bestanden. Gleichwohl titeln die großen Tageszeitungen, Stuttgart 21 besteht Stresstest. Eine weitere, ständig wiederkehrende Behauptung der Stuttgart 21-Befürworter, Ausstiegskosten 1,5 Milliarden Euro. Laut Bahnchef Rüdiger Grube setzen sich diese 1,5 Milliarden Euro wie folgt zusammen. Bei dieser Rechnung sind die 459 Millionen Euro für die Rückabwicklung des Grundstückeverkaufs nicht als Kosteneinstufbar. Das Geld wird schließlich gegen die Grundstücke zurückgetauscht, der Wert bleibt also erhalten. Die Flächen sind für die Bahn weiterhin nutzbar. Die von der Stadt Stuttgart erworbenen Grundstücke können bis zur Fertigstellung des Stuttgart 21-Bahnhofs nicht wie beabsichtigt für städtebauliche Projekte genutzt werden. Die sich daraus ergebenden Verzugszinsen in Höhe von 280 Millionen Euro potenzieller städtischer Haushaltsmittel schenkt der Oberbürgermeister Schuster der Deutschen Bahn AG. Ein solches Geschenk kann nicht eingeklagt werden. Und die Planungskosten für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sind ebenso wenig einklagbar, da über die Neubaustrecke gar nicht abgestimmt wird. Lediglich die Planungskosten für Stuttgart 21 sind unter Umständen einklagbar. Ebenso wie bereits ausgestellte Handwerkerrechnungen. Nach Schätzung der bisher ausgeführten Baumaßnahmen ergibt sich daraus ein Betrag von ca. 48 Millionen Euro. Statt der propagierten 1,5 Milliarden Euro bleiben unter dem Strich also lediglich 0,27 Milliarden Euro Ausstiegskosten übrig. Die vom Verkehrsministerium beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Merkische Revision kommt in ihrem Gutachten auf 0,35 Milliarden Euro Ausstiegskosten inklusive einem großzügig bemessenen Risikopuffer. Die gesamte Führungsebene der SPD in Baden-Württemberg vertritt mit der von ihr unterstützten Pro Stuttgart 21 Kampagne die Interessen der Bahn. Der Finanzminister des Landes, Nils Schmid, der laut Amtseid allen Schaden vom Land abwehren muss, macht sich im Wahlkampf zum Anwalt der Bahn AG, um deren Schadensersatzansprüche gegenüber dem Land zu maximieren. Ein einmaliger Vorgang, der mit den Ängsten der Menschen in Baden-Württemberg spielt. All diese Skandale um Stuttgart 21 und die Vorgehensweise von Politik und Deutscher Bahn AG ruinieren die Demokratie in unserem Land. Wenn diesem Verhaltensmuster am 27.11. nicht ein Riegel vorgeschoben wird, steht zu befürchten, dass fortgesetzte Täuschungen der Bevölkerung auch bei künftigen Projekten an der Tagesordnung sind. Darum gilt am 27.11. wählen gehen. Ja zum Ausstieg. Übrigens, in einem neu produzierten, teuren Wahlwerbefilm versuchen uns die Projektbefürworter von Stuttgart 21 erneut zu täuschen. Darin lassen sie auf dem Betondeckel über dem Tiefbahnhof stattliche Bäume wachsen. Dabei muss es sich wohl um die bis dato unbekannte Spezies der Betonflachwurzler handeln.